Also Berlin, da passiert ja jeden Tag irgendetwas. Also diese Stadt schläft ja nie. Was mir jetzt spontan einfällt ist, ich war im Filetstück, stand im Restaurant hinterm Tresen, hab drauf geachtet, schön geschaut, dass alles schön schick ist für meine Gäste und drehe mich mal kurz nach links und auf einmal läuft da eine Poppe vorbei oben ohne. Fand ich toll. Das ist Berlin. Du kannst einfach auf die Straße hin mit dem Schlafanzug, das interessiert mich. Das finde ich echt gut. Ja, das macht Berlin aus. Sehr offene Menschen. An der Freundlichkeit hapert es ein bisschen, aber daran muss man sich gewöhnen. Der Mensch ist ein Gewöhnungstier. Irgendwann muss man halt das Harsche, muss man schon ein bisschen gewohnt sein. Aber ja, ich möchte diese Stadt nicht missen.